Ein SUV-Liebhaber hat sicherlich Interesse an diesem Land Rover. Der Antrieb wird von einem Dieselmotor geleistet und einem manuellen Getriebe. Im Interieur finden Sie ein Navigationssystem, eine Geschwindigkeitsregelanlage und eine Klimaautomatik. Selbstverständlich verfügt dieses Auto über Sicherheitssysteme wie ESP, hintere Parksensoren und verschiedene Airbag-Systeme. Möchten Sie eine Probefahrt mit diesem Land Rover machen? Dann rufen Sie uns jetzt an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017